Mein Name ist Till Tropsch, ich bin 18 Jahre alt. Bisherige Vereine sind SV Reutling und Böbling. Positionen, ich kann 10er, 9er, 6er, recht flexibel. Ziele mit der Mannschaft sind mindestens die Liga zu halten und alles was besser ist, ist umso besser. Und meine persönlichen Ziele sind eine starke Saison zu spielen, um mich noch besser zu werden und weiterzuentwickeln.